Menschen, die scheinbar helfen, aber nicht wirklich helfen, wenn Helfen zur Sucht wird und wenn man hilft, aber nicht aufgrund dessen, weil man helfen möchte, des Helfenwegens, sondern weil man eine innere Problematik dazu aufweist. Was für ein Thema ich hier genau meine, was für Problemlösungen ich hierbei anbieten kann und möchte, dazu mehr im folgenden Video. Ich wünsche euch viel Spaß und sinnvolle Gedanken. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen beim Kanal der Pfadfinder, heute mit dem Thema das Helfersyndrom. Das Helfersyndrom ist eine Verhaltensweise, die sich aufgrund seelischer Konflikte und Probleme entwickeln kann. Und es gibt gesunde Hilfe, ebenso wie die ungesunde, krankmachende Hilfe. Derjenige, der scheinbar hilft beim Helfersyndrom allerdings, folgt hierbei eher einem Zwang, einem Bedürfnis, welches sich aus einem Mangel entwickelt hat. Und demjenigen, dem geholfen wird, in Anführungsstrichen, wird nicht geholfen. Es wird eine seelische, psychische Erkrankung ausgelebt und auf jemand anderen übertragen. Und im heutigen Video gibt es wieder drei Punkte. Der erste Punkt wäre, was ist das Helfersyndrom? Der zweite, wie entsteht das Helfersyndrom? Und der dritte und letzte Punkt, wie kann man das Helfersyndrom überwinden? Dann kommen wir gleich mal zum ersten Punkt, was ist das Helfersyndrom? Menschen mit einem Helfersyndrom helfen meist immer und überall, ohne dass sie selbst immer die Energie dafür haben, ja und ohne, dass sie selbst auf sich schauen, um sich gesund zu halten. Mit dieser Art des Helfens, in Anführungsstrichen, kompensieren sie ihre eigenen Probleme mit sich selbst. Es ist so, als wenn das eigene Haus brennt, aber zuerst läuft man zum Nachbarn, löscht dort das Feuer und nimmt keine Rücksicht auf die eigenen Schäden und Probleme. Im Grunde kann man sagen, dass dies auch aus einer tiefsitzenden Depression herrührt. Der betroffene Mensch hat nicht gelernt, sich wirklich um sich selbst zu kümmern und kompensiert das Ganze mit dem Helfersyndrom. Es ist eine Bindungsstörung zu sich selbst. Wenn diese Menschen nicht helfen können oder keine Situation haben, in welcher sie helfen können, fühlen sie sich schnell sehr wertlos und sehr depressiv, da sie sich nicht damit auskennen, sich selbst zu helfen, auf sich zu schauen und von dort aus eine gesunde Basis für sich und andere zu schaffen. Es kann auch sein, dass diese Menschen ungefragt helfen, obwohl ihre Hilfe gar nicht erfragt wurde, sich sozusagen aufdrängen. Es geht hier also sehr viel mehr um das Befriedigen der eigenen Bedürfnisse und nicht um das Helfen an sich. Es ist ein Zwang, helfen zu müssen und nicht wirklich helfen zu wollen im Sinne der Hilfe. Die Probleme von anderen werden zu den eigenen Problemen gemacht und sie selbst können keine Hilfe annehmen. Narzissten helfen mitunter auch auf dieser Art der Ebene, um sich selbst besser zu fühlen und Abhängigkeit beim Gegenüber zu erschaffen. Sie leben und nutzen es nur aus anderen Gründen, als es beim Helfersyndrom der Fall ist. Zum zweiten Punkt, wie entsteht das Helfersyndrom, kommen wir jetzt. Wie so oft liegt die Ursache, auch hier, wieder in der frühen Kindheit. Es geht um die Abhängigkeit der Aufmerksamkeit durch andere. Man hält sich nur dann für wertvoll und liebenswert, wenn andere sich einem zuwenden und wenn man merkt, dass man gebraucht wird. Ihnen ist die Rolle des Helfers fundamental wichtig. Sie fühlen sich sonst überwiegend oder nur wertlos. Es ist der Weg, sich aufzuwerten und als etwas Besonderes zu sehen, solange sie anderen helfen können und sehen, dass ihre Hilfe zumindest kurzzeitige Wirkung zeigt. Beim Kind haben die Eltern unter anderem ein Gefühl installiert oder mehrere Gefühle. Zum Beispiel dieses hier. Du bist schuld, dass es Mami nicht gut geht. Wegen dir habe ich dieses und jenes Problem, etc. Diese Sätze und einige Sätze mehr, die in die Richtung gehen, vermitteln dem Kind die Botschaft. Du musst die Verantwortung der Gefühle von anderen übernehmen. In diesem Fall die Gefühle der Mutter. Das kann natürlich auch ebenso der Vater sein oder die jeweilige Bezugsperson. in der frühen Kindheit. Menschen mit Helfersyndrom denken häufig in Extremen. Entweder oder ich bin ein guter Mensch, wenn ich immer hilfsbereit bin oder ich bin ein Egoist und schaue nur auf mich und bin somit ein schlechter Mensch. Es sind Bindungsstörungen in Form von zu wenig Selbstständigkeit entstanden aufgrund des Erschaffens von Abhängigkeit in Bezug auf die Mutter und oder den Vater oder beide. Und ein Abnabeln im Erwachsenenalter findet bzw. fand nicht statt oder nur sehr problembehaftet. Der dritte Punkt und der letzte Punkt heute in diesem Video Überwinden des Helfersyndroms Wie bei allen anderen psychischen, seelischen und emotionalen Erkrankungen ist es auch hier fundamental wichtig, sich seine eigenen Verhaltensweisen sehr genau anzuschauen und zu reflektieren. Außerdem müssen sich die jeweiligen Menschen zugestehen, dass sie nicht aus Nächstenliebe, sondern aus eigenen Motiven handeln, um sich selbst wohlzufühlen. Wobei sie eher eine Art inneres Loch zu stopfen versuchen, welches aber niemals zu stopfen ist, welches niemals heilt. Schon alleine, wenn man beginnt, sich diese Ebenen bei sich selbst anzuschauen, beginnt aber Heilung. Wenn man sich dagegen sperrt, Obwohl man sehr genau spürt, dass diese oder andere Erkrankungen bei einem vorhanden sind, erschafft man krankmachende Ebenen in sich selbst, die man zudem auch noch schützt. Man füttert das Ungesunde und verdrängt das Heilsame. Man sollte im nächsten Schritt herausfinden, wie man sich auf andere gesunde Art und Weise einen Selbstwert geben kann. Und die Dinge, die man in seinem Alltag tut, sollten nicht nur Dinge sein, die mit anderen Menschen zu tun haben, sondern es sollten auch Dinge sein, die nur mit und für sich selbst geschehen. Wirkliche Problemlösungen für sich selbst anstreben, um eine gute Resilienzfähigkeit aufzubauen, kann der eigenen Problematik entgegenwirken und Echtheit erschaffen, welche dem Helfer-Syndrom entgegenwirkt. Wenn man hier eine Regelmäßigkeit erschaffen und bewahren kann, in welcher man etwas für sich selbst tut, was einem bestenfalls auch noch Spaß macht und zusätzlich eine persönliche Erfüllung darstellt, befindet man sich auf einem guten Weg, um dieses und andere Symptome und Erkrankungen zu heilen. Das Erkennen, das Eingeständnis und die Bereitschaft zur Veränderung sind also fundamentale Ebenen, die einem überhaupt erst die Möglichkeit geben, gesund werden zu können. Das war es zum heutigen Thema, das Helfer-Syndrom. Wie immer, bin ich gespannt auf eure Kommentare. Kennt ihr jemanden in eurem Umkreis, der das vielleicht hat? Seid ihr selbst vielleicht jemand, der ein Helfer-Syndrom hat? Wie sind eure Erfahrungen dazu? Das würde mich sehr interessieren. Bitte gerne in die Kommentare schreiben. Wie geht ihr dann selbst damit um in Bezug auf andere Menschen? Und wie gesagt, wenn ihr das Helfer-Syndrom selber habt, wie geht ihr jetzt damit um? Wann habt ihr die Erkenntnis dafür erlangt, dass es vielleicht einen gewissen Raum bei euch einnimmt? Und wie geht ihr jetzt damit um im Aktuellen? Was habt ihr da so für Methoden für euch gefunden? Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne den Daumen nach oben. Wenn euch der Kanal gefällt, den Kanal abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch eine möglichst gute Zeit. Passt auf euch auf und bis bald. Bye, bye. Bye, bye.